Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu WWE 2K19. Ihr habt es gerade bereits gesehen, das neue Spiel von 2K zur WWE. Ihr wisst ja, ich bin großer Fan der WWE, großer Wrestling-Fan schon seit Ewigkeiten. Und in Zusammenarbeit mit 2K präsentiere ich euch heute dieses Spiel. Ich habe das bekommen von 2K, muss man dazu sagen. Danke an dieser Stelle auf jeden Fall. Allerdings kriege ich jetzt keine große weitere Bezahlung oder sowas. Ich bekomme das Spiel im Endeffekt, weil ich WWE 2K relativ geil finde. Und weil ich in der Vergangenheit dieses Spiel gerne gespielt habe und auch allgemein ja nicht unbedingt wenig mit Wrestling am Hut habe. Dementsprechend passt das eigentlich ganz gut. Es ist die Digital Deluxe Version, das heißt wir haben einige Punkte für einen erstellbaren Charakter. Und den werden wir heute in diesem Video machen. Allerdings werde ich das Ganze natürlich ein bisschen cutten. Allgemein werde ich so ein bisschen erzählen, wie das Spiel so ist. Ich habe es schon ein bisschen angezockt, nicht viel, aber schon so ein bisschen. Und es sieht wirklich ziemlich, ziemlich nice aus. Wenn man sich mal hier so die Startscreen anguckt. Übrigens wundert euch nicht, mein Fernseher ist oben. Es ist ein bisschen komisch, deswegen ist die Cam auch unten platziert. Nehme ich zumindest an. Wir haben hier in diesen Startscreens die Superstars, die sich so ein bisschen in Fragmente auflösen. Das sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Gut, das ist jetzt Alexa Bliss, die sieht nicht cool aus. Aber ansonsten Daniel Bryan haben wir hier, Sheamus. Das ist schon ganz nice gemacht. Das sieht sehr elegant aus, sieht sehr modern aus. Und man kann halt vieles tun. Man kann seinen eigenen Championship erstellen. Ich weiß nicht, wie viel in den letzten Spielen ging, weil ich die nicht so viel gespielt habe. Ich hatte sie zwar, aber nicht so viel gespielt. Man kann seine eigene Show erstellen. Man kann, ja, hier sich so ein bisschen was angucken. Man kann ganz normal kämpfen. Man kann seinen eigenen Spieler halt eben erstellen. Dann gibt es das WW Universe, wo man Sachen erstellen kann. Und ja, allgemein ist das wieder relativ cool gemacht. Natürlich kann man auch wieder online spielen. Es gibt relativ viele Optionen. Auch der Soundtrack ist wieder sehr, sehr gut gelungen, wie ich finde. Wenn man sich mal die Optionen anguckt, beziehungsweise da in die Jukebox, nicht ins Ziel, sondern in die Jukebox geht. Wir haben nicht so viele Lieder, aber dafür ganz coole dabei. Eminem ist beispielsweise drauf. Dazu haben wir hier Slipknot haben wir via Aval Nation. Die kennen wir wahrscheinlich von Sale, wenn dann überhaupt. Post Malone haben wir drauf mit Rockstar. Deswegen muss ich im Hintergrund auch die Musik ja da mal ausmachen. Ist schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Der Failed wird ziemlich, ziemlich gut. Und ja, beispielsweise Metallica auch. Also der Soundtrack auf jeden Fall nice. Und ich würde sagen, ich habe es noch nicht gemacht, keine Ahnung wie es aussieht. Ich erstelle immer mal einen Spieler und wir sehen uns am Ende dann. So, am Anfang direkt hier kann man anscheinend auswählen. Zwischen der Art und Weise, wie der Wrestler sein soll. Riese ist hier eine Option. Sehen wir als Beispiele Braun Strowman, Kane und Big Show. Dann haben wir die Cruiserweights. Da sehen wir beispielsweise, oh Gott, ich vergesse den Namen, Cedric Alexander. Und, ach, ich vergesse die Namen jedes Mal aufs Neue. Dann haben wir Shinsuke Nakamura, Dean Ambrose und Samoa Joe bei Schläger. Passt nicht so gut zueinander, finde ich. Aber, ja, stimmt schon irgendwie. Auch wenn Samoa Joe nicht der Schläger, sondern er der Techniker ist. Deswegen dann zu mischen. Aber egal. Techniker haben wir Cesaro, Kurt Angle und, ach, auch den Namen vergesse ich jedes Mal aufs Neue. Er will auch gerade nicht in meinen Kopf rein, aber ich weiß, wie er heißt eigentlich. Und bei Kraftpaket haben wir John Cena, Brock Lesnar und Roman Reigns. Und das ist das, was ich wählen werde. Aussehen und Moves und so zeige ich euch am Ende. Aber das wollte ich kurz präsentiert haben, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Auch die Erklärung. So, wir sind angekommen bei der Verteilung meiner Stilpunkte. Ihr seht schon, ich habe, also ihr seht noch gar nichts. Ja, ihr seht weder das Aussehen meines Superstars noch irgendwie den Namen. Nur das geht um die Gesamtbewertung bisher. Aber ich habe 20 Stilpunkte. Warum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon ein paar vergeben. Und zwar einmal hier für Stärke und dazu noch für Pin-Befreiung. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich das machen soll. Also grundsätzlich, weil ich einen super, ja nicht super Heavyweight, also keinen Riesen, sondern so darunter die Gewichtsklasse 1,99 groß gewählt habe. Ich will eigentlich nicht so Agilität und sowas machen, weil das ergibt keinen Sinn. Aber sowas wie Griffoffensive und Reversaloffensive, ja das schon eher. Das machen wir einfach auch mal. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich habe noch ein paar Stilpunkte auf jeden Fall frei. Das ist ganz schön, aber ich habe auch wirklich noch nicht verstanden, wie das Ganze hier funktioniert. Das ist wirklich sehr, sehr detailliert. Wenn man die Zeit hat, kann man sich sicherlich auch alles durchlesen. Aber die Zeit habe ich halt eigentlich nicht. Ich muss anscheinend jetzt Techniker wählen. Ist anscheinend so, aber ist auch in Ordnung. Jetzt machen wir okay. Und dann können wir das nächste wählen. Oder ich weiß nicht, ob es um das nächste Feld geht. Nee, ich habe noch 17 Punkte. Das heißt, ich werde einfach noch ein bisschen hier rumgucken. Achso, es geht noch übrigens extrem weit hoch. Also man muss jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass man irgendwann nicht mehr weitermachen kann. Man kann anscheinend sehr weit gehen. Ich werde mal schauen, was ich mache. Und natürlich werden wir noch ein Match machen, damit ihr auch mal so ein bisschen seht, wie das hier läuft. So, weil ich nicht weiß, ob ich überhaupt mit meinem Spiel einfach so spielen kann oder ob ich den jetzt nur in diesem Karrieremodus, den ich jetzt gerade nicht starten will, spielen kann, zeige ich euch den da ganz kurz. Er sieht so aus. Er heißt Satisfaction. Eigentlich wollte ich den Namen getrennt machen, aber das ging dann nicht mit dem Hutname und deswegen heißt er jetzt zusammen Satisfaction. Ich mag das Wort einfach, keine Ahnung, das ist so mächtig, aber gleichzeitig elegant. Finde ich ganz cool. Wir gucken uns mal meinen Spieler kurz an. Also im Endeffekt das Aussehen. Naja, das Aussehen sieht er ja. Brustpanzer, 1,99 groß, 134 Kilogramm schwer. Sehr hellblaue Augen, schwarze Haare sind nicht die Standardsachen, die man nur hat. Aber wir gucken uns mal ganz kurz sein Moveset an, beziehungsweise den, man kann nicht so viel auswählen am Anfang mal, den Finisher und den Signature Move, weil das sind im Endeffekt eh die interessantesten Moves. Ich bin auch gleich mal gespannt, mit wem ich gleich spielen werde, eine Runde, weil wir werden natürlich noch kurz was sehen. Ich denke mal, ja ne, Randy Orton habe ich sogar schon gespielt. Also mein Lieblingsrestler, wie ihr ja eventuell wisst, was ich ja schon ein paar mal erzählt habe, aber wir werden mal sehen, mit wem ich dann spiele. Aber grundsätzlich, ach guck mal, jetzt kann man sogar mehr einstellen, das ist ja schön. Aber es sind halt noch nicht viele Moves freigeschaltet, das kommt anscheinend erst nach der Zeit, was ich ein bisschen schade finde. Ich habe jetzt hier einmal diesen Signature, den Shoulderswitch Powerslam, den ich ganz cool finde und einen Spinebuster, den konnte ich auch noch gar nicht auswählen. Würde ich wahrscheinlich noch anders machen, ich weiß eigentlich schon, welche Finisher ich auch nehmen möchte. Papa Powerbomb ist mein Finisher und der Sidewinder Suplex, den ich ehrlich gesagt gar nicht kenne, der ziemlich kacke aussieht. Ich weiß, was für, ah ja, man muss alle freischalten. Ich weiß mehr oder weniger, was für Finisher ich haben möchte. Also ich habe es mir letztens schon mal angeguckt, ich habe es wieder vergessen, ehrlich gesagt. Aber grundsätzlich gibt es dieses Jahr coole Finisher und dementsprechend wird man da eigentlich keine Probleme haben, was Gutes zu finden. Jetzt gerade fällt es mir ein bisschen schwierig, weil ich gerade schlicht und ergreifend nicht weiß, wie der Heast, den ich haben wollte. Es ist halt nicht so easy, Reverse as the Overs nicht. Vielleicht finden wir den hier trotzdem, einfach weil ich glaube, so weit kann er gar nicht weg sein. Pump handle, Valley Driver, der war es nicht. Premier Combo, Pressing, Gutstomp. Nee, auch nicht. Keine Ahnung, ich müsste nochmal suchen. Also ihr werdet bestimmt irgendwann nochmal eine Episode bekommen hier und ein bisschen was sehen von WWE2K19. Und dann werde ich bestimmt auch wieder wissen, was die Moves waren, die ich so genial fand oder was ich mir da ausgedacht hatte. Aber jetzt gerade komme ich ehrlich gesagt nicht unbedingt drauf. Oklahoma Stampede, was ist das? Nein, offensichtlich nicht. Der ist ein bisschen sehr lame. Aber egal, ich habe mir auf jeden Fall was ausgesucht. Komm jetzt gerade nicht drauf, aber werde einfach mal spontan den... Na, irgendwas hier nehmen. Pop-Up Cutter. Das hört sich lustig an. Den nehmen wir erstmal als Finisher. Irgendwie sowas war das, meine ich auch. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung war das. Ich mag immer so AKO-mäßige Moves, einfach weil Randy Orp mein Lieblingsress lässt. Aber egal. Wir starten mal ein Spielchen und... Oder ein Match, sagen wir es mal so. Nicht Spielchen, wir sind jetzt zu sehr in FIFA. Und dann sehen wir uns gleich und dann machen wir noch ein bisschen Action, damit ihr seht, wie das dieses Jahr ist. Falls ihr auch noch eine Kaufüberzeugung braucht und dann habt ihr nochmal so ein Feedback von mir, wie ich es finde. Summerslam 88. Warum? Ganz einfach. Also so lange ist es nicht her, dass die beiden ein geiles Match von Summerslam hatten, aber... Ja, es gibt für mich runtergeladen vor allem einen Wrestler, den ich unglaublich geil finde. Leider Gott ist länger verstorben schon, Eddie Guerrero. Viele von euch oder einige von euch von den 10 Leuten gefühlt dieses Video gucken werden, weil sie nicht für Wrestling interessiert wird hier auf dem Kanal. Hoffentlich ändert sich das. Die kennen wahrscheinlich Martin Guerrero auch aus der deutschen Szene oder Martin Guerrero, ob ich auch noch nicht aussprechen möchte. Der ist ja auch inspiriert von Eddie Guerrero und das ist halt für mich auch der, ja, einer der legendärsten aller Zeiten. Und wer er zweit ist, könnt ihr euch auch denken. Ihr habt das Vorbesteller-Pack, ich hab das Deluxe-Paket. Wen gibt es da heruntergeladen als Feature? Ich hätte normalerweise mit LJ Style spielen wollen, weil der halt der Coverstar ist. Aber als ich gesehen habe, es gibt Eddie Guerrero, musste ich den nehmen. Es gibt allgemein sehr, sehr viele Coole, die man freischalten kann. San Batista, Andre the Giant und so weiter und so fort. Aber Eddie Guerrero hat halt so einen Special Touch. Vor allem allein seine Musik. Und der zweite ist halt auch ziemlich cool. Ist mittlerweile wieder in Gesprächen, soweit ich weiß, mit dem neuen Vertrag auch. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Aber grundsätzlich ist es halt trotzdem eine lebende Legende schon. Und passt halt, wie gesagt, auch sehr gut, weil die beiden mal beim Summerslam, wenn ich mich recht erinnere, ein Match hatten mit menschlichem Einsatz. Wer das Match gesehen hat oder wer sich ein bisschen mit WWE auskennt, will wissen, was ich meine. Absolute Legende natürlich auch für mich so als Wrestling-Fan. Das ist genau die Zeit, als der noch aktiv war, als der noch Championships gewonnen hat, in der ich geguckt habe, damals so 2010, 2008, 2009 und im Dreh 2007. Das war, ja, das war meine Zeit auf jeden Fall. So 2008, 2009, 2010 wahrscheinlich am ehesten. Mittlerweile auch wieder ziemlich doll, aber damals schon sehr, sehr doll. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ihr seht die Highlights. Überraschung. Das geht nämlich auch bei WWE, nicht nur bei FIFA. Das ist so, was nochmal ein WWE-Spiel geben würde. In einer vollen Kombination, das ist halt auch schön. Die Guerrero in einer Vollversion gegen Rey Mysterio. Oh, in einer Vollversion. Also keiner erstellt, keiner runtergeladen oder irgendwas. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ich spiele übrigens auf dem schwersten Schwierigkeiten. Nicht, nicht auf dem schwersten. Auf einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad, soweit ich weiß. Keine Ahnung. Und mit nicht so schnellem Schwung. Aber mir geht es jetzt vor allem darum, euch ein paar coole Moves zu zeigen. Von daher wird Rey jetzt nicht so viel machen in diesem Match. Das kann ich schon mal ankündigen. Aber vor allem geht es natürlich um die Finisher und Signatures. Die Reversals und so weiter und so fort sind übrigens genauso einfach wie die letzten Jahre. Also grundsätzlich, wenn man dieses Spiel spielt und nichts kann, man wird eigentlich ganz gut durchgeleitet. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Anzeigen gibt, wie in FIFA so Hilfsanzeigen, wenn man das Spiel wirklich gar nicht kann. Aber ich könnte es mir zumindest vorstellen. Weil grundsätzlich ist dieses Spiel sehr anfängerfreundlich gestaltet. Und man hat auch Schwierigkeitsgrad, bei denen es halt eben nicht nötig ist, dass man seit Jahren schon spielt. Und ich spiele das Spiel halt mit Unterbrechungen seit Ewigkeiten. Und bin auch sehr froh, dass 2K mir das zur Verfügung gestellt hat. Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal an die Beteiligten, wenn ihr dieses Video sehen solltet. Einfach weil, ja, ich das Spiel mir sowieso gekauft hätte. Und weil ich seit längerer Zeit als wieder großer Wrestling-Fan bin. Momentan zeitbedingt gucke ich nicht so viel. Aber es ist halt einfach ein geiler Sport. Auch wenn viele ihn nicht als Sport sehen oder als schlecht ansehen. Weil es halt irgendwo Gewaltverherrlichung ist. Aber so gesehen ist es ja alle Schauspielerei. Das ist schon beeindruckend, was die mit ihrem Körper alles anstellen. Und durch was die ihren Körper durchbringen. Und von daher, ja, bin ich sehr froh, dass ich das wieder zocken kann. Und werde es sicherlich auch, wenn FIFA rausgekommen ist, relativ viel spielen. Wahrscheinlich nicht so viel wie FIFA, aber trotzdem nicht wenig auf jeden Fall. Wir könnten theoretisch schon den Signature machen. Aber ich glaube, dass das noch ein bisschen früh wäre. Einfach weil ich nicht glaube, dass sich Ray jetzt schon pinnen lassen würde. Aber wir gehen zumindest mal nach draußen und warten mal, dass er kommt. Und machen mal einen Sprungangriff. Und das funktioniert auch. Der geht durch. Wie gesagt, ist jetzt eine relativ niedrige Schwierigkeitsstufe. Leider Gottes doch. Die letzten Matches kamen irgendwie schwerer vor als das hier. Aber nichtsdestotrotz. So, Finisher haben wir schon mal. Aber machen wir natürlich noch nicht. Ah ja. Genau deswegen machen wir keine Finisher. Weil dann werden wir ausgekontert und Mysterio kann seine machen vielleicht. Das fände ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ja, der 619 ist ein Finisher von Ray Mysterio. Keine Ahnung warum. Aber, ja, ist halt so. Und die Dragon Rana ist irgendwie der andere Finisher. Aber okay. Ich habe ihn ausgekontert übrigens. Meinen Frog Splash wollte der da gerade machen. Irgendwie ist das Moveset von Mysterio so ein bisschen komisch. Aber jetzt werden wir das Match mal beenden, würde ich sagen. Mit dem Lasso from El Paso. Wir haben den 619 gesehen. Haben dann im Endeffekt den Frog Splash ausgekontert. Und jetzt kommen die Tres Amigos. Die drei Freunde von Eddie Guerrero. Die drei Suplexes, die einfach jedes Mal wieder schön sind anzusehen. Und dann gehen wir aufs Top Rope. Er liegt perfekt. In der Mitte des Rings. Und dann kommt der Taunt. Und nicht der Finisher, weil er leider ganz wieder aufsteht. Ja gut. Vorfüh-Effekt macht aber nichts. Wir legen ihn einfach nochmal hin. Und dann wird das schon passen. Mit dem Frog Splash. Viva la Rasa. Zack. Und wir holen uns den Sieg. Sieht nicht so spektakulär aus. Ich finde den Frog Splash kann man aber auch schlecht irgendwie so wirklich in seiner ganzen Schönheit zeigen. Ich finde der sieht dann echt einfach viel viel geiler aus als im WWE 2K. Wir pinnen Reim Stereo und er geht nicht durch. Und dann hat er mal wieder ausgekackt und verliert. Das ist echt... Ich konnte das mal deutlich besser. Ich war da mal deutlich stärker drin im Auskicken. Aber das war gerade so unerwartet. Aber gut. Das ist irgendwie halt auch passend. Es ist halt so ein Upset Victory. Er hat hier einfach... Ach ne, das sieht man jetzt gar nicht. Er hat rein zufällig, so kurz aus nichts wirklich, meinen Move gekontert, meine Powerbomb. Hat mich rumgedreht, hat seinen Finisher gemacht. Hier habe ich den Frog Splash gekontert und dann kam im Endeffekt der Sieg für Mysterio. Also unerwartet. Aber gut, das war es halt im Endeffekt wie damals. Damals war es so, dass Vicky Guerreiro dafür gesorgt hat, dass er gewinnt. Jetzt war es der Zufall. Ist in Ordnung. Das war es für das erste Video von WWE 2K19. Sehr cooles Spiel. Macht ne Menge Spaß. Es gibt wie gesagt ne Menge, Menge Kämpfer, mit denen man halt auch einfach nur Exhibitions machen kann. Man muss nicht theoretisch den Karrieremodus spielen oder WWE Universe. Man kann auch einfach irgendwelche Leute gegeneinander kämpfen lassen. Und einfach mal die Moves ausprobieren und die ganzen Finishing-Moves durchgehen. Jedenmal gegen jeden spielen und wirklich jedenmal durchspielen. Ich glaube, das könnte recht viel Spaß machen. Wollen wir hier mal sehen, wen es den gibt. Valery Team Dream, mit dem habe ich schon gespielt. Undertaker von 2002 gibt es. Was sehr, sehr cool ist, dass der freigeschaltet ist. Der normale Undertaker, den gibt es auch. Dann solche Leute wie Tal Dillinger beispielsweise. Ihr seid auch nicht die Starken unbedingt, aber die machen auch Spaß zu spielen, weil die teilweise auch sehr, sehr coole Finisher haben. Zincada beispielsweise. Shelton Benjamin, finde ich, hat einen sehr nicen Finisher. Shane McMahon ist natürlich wieder dabei. Wie immer ist die McMahon-Familie natürlich auch im Spiel vertreten. Rowdy Roddy Piper ist dabei als DLC. Dann haben wir beispielsweise Ricky Morton dabei. Ricky Martella haben wir dabei. Also wirklich Rhino. Die ganzen Leute, die aktiv sind in der WWE. Razor und Akam beispielsweise auch. Aber auch ältere Leute, die man halt so von früher kennt. Randy Savage beispielsweise oder Papa Shango, was ich sehr, sehr geil finde. Den muss ich auf jeden Fall mal spielen. Sind halt auch noch Leute, die ich kenne aus meiner ganz, ganz großen Vergangenheit. The Miz sieht wieder relativ stark aus. Hat ein sehr cooles Moveset dieses Jahr. Kofi Kingston ist relativ gut getroffen worden. Und die sehen auch halt alle relativ realistisch aus. Der einzige, über den ich ein bisschen enttäuscht bin vom Ingame aussehen, ist Dorf Ziggler. Den, finde ich, haben sie nicht so gut getroffen. Und den mag ich auch extrem gerne. Also hier auf dem Bild sieht er noch okay aus. Aber Ingame, ne. Und seine Haare sind ein bisschen zu dunkel. Aber gut, das ist meckern auf hohem Niveau. Die haben das Spiel schon gut gemacht. Und ich werde mich freuen. Und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, dieses Video. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr sehen möchtet. Ob ihr meine Karriere sehen möchtet. Ob ihr einfach Social Matches sehen möchtet. Ob ihr Predictions sehen möchtet. Ob ihr irgendwas sehen möchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Eventuell mit FIFA, vielleicht mit WWE 2K19. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt dabei auf, macht's gut, haut rein. Und ciao.